Ein Ford Car ist hier zum Verkauf angeboten. Vier Personen haben in den wendigen grauen Dreitürer Platz. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, ABS und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,9 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 8.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. iksbü Goodальfs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.